Es ist Samstag, regnerisch, kühl, herbstlich, perfekt zum Entspannen. Naja, außer man hat Fynn, der möchte lieber Samstag früh um 8.45 Uhr zum Schlägerlauf nach Mainz. Auf dem Weg vom Auto zur Halle noch ein bisschen Stickhandling in eine herbstliche Atmosphäre und dann ging es auch schon aufs Eis. Was heißt Schlägerlauf? Es ist einfach erlaubt, auf die Eisfläche in Eishockey-Ausrüstung mit Puck und Schläger zu gehen und dann zwischen 8.45 Uhr und 10.15 Uhr jeden Samstag einfach seinem Hobby freien Lauf zu lassen. Insgesamt haben sich heute 14 Löwenkinder hier eingefunden, um miteinander Eishockey zu spielen. Damit ihr so einen Eindruck von der Halle habt, haben wir euch ein paar Bilder mitgebracht, eben aus der Kabine und jetzt einmal ein Schwenk über die Tribüne und das Spielfeld. Es spielen Erwachsene mit Kindern, Kinder mit Erwachsenen, Kinder mit Kindern, Erwachsene mit Erwachsenen, so wie es gerade gefällt. Einfach Spaß haben. Beim Schlägerlauf kann sich Fynn einfach mal als Spieler ausprobieren, ganz ohne Restriktionen, Trainer oder andere Vorgaben. Da eineinhalb Stunden Eishockey durchaus anstrengend sind, gibt es auch hier und da immer mal wieder eine Trinkpause. An der Bande wird intensiv diskutiert und gefachsimpelt und am Ende haben wir hier einen müden kleinen Eishockey-Krieger. Kleines Gruppenbild zum Abschluss. Draußen hat es geschneit und wir fahren noch kurz nach Eschborn zur Schule von Max und machen dort eine Stippvisite beim Tag der offenen Tür. Das war es für heute und tschüss.